nur mit vielen levelausstiegen konnten wir beim letzten mal die beilbande bewegen wir kommen zu mario rpg hier werden wir weitermachen bei nimbus land dann schauen wir mal rein wo wir sehen müssen wir wollen wissen auch wo der letzte stern ist fragen wir mal vielleicht die eltern von mal auf ist hier der richtige fähig ich schlapp hier lang laufen 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 ja okay wo sind die jetzt ja das haben wir bei band hatte ihn und zwar weggenommen haben sie ihn wieder wundervollen kann die bestellen ich schanke sicher wieder rief oder ach so mal dem mutig doch nicht ich fühle schließlich noch ein sterben stück jetzt wenn ich jetzt recht verstehe der letzte stern wartet mal es bleibt nur noch bodos fest und dort müsst ihr suchen ja das wissen ja aber es gibt keinen weg hinein glaub mir wir haben es versucht aber habe es gewissen nicht mal mario kann so weit springen also dann er habe ich euch stehen das ist die liebste wir können den königlichen bus okay so sein ja mal die zeiten sie kamen also den bus benutzen darfst als ich in deinem alter war ich darf ganz bestimmt aber natürlich liebes ich will den mechaniker anweisen den bus zu reparieren mit uns wieder fällig und du musst mario und den anderen einfach helfen das ständige zu finden auf jeden fall auf jeden fall noch kann man los geht's wir gehen wir auf karte zurück weil wir wollen wir hier einfach auf die karte kommen vielleicht gibt es ja jetzt ein bus nein die fahren ist ja immer noch hier also vielleicht habe ich jetzt keine Lust so weit zu suchen hinter wir sehen wir mal was von dem bus haben verliebt und wenn wir so werden blablabla wir wollen ja im prinzen ich schau mal hier wo der endlich repariert wir können die fahrten wieder auf einmal hier lange wir möchten zu burser können wir uns dorthin bringt es sei doch bereit können die nimbus hat mich bereits darüber unterrichtet werden 0,0x am ziel sein da ist auch schon mal jetzt eine paar sekunden also nur noch mal nix ist es schon aber vielen dank und bleib gesund alles einsteigen aber nicht dass wir jetzt so ein kleines spiel wieder so haben da anzukommen bülb und stück an nimm 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 namm nimm nimm n muchís hey ist das nicht maria r bausas fessung r ja der süße duft vom buch in der lava ich spreche wieder zuhause zu sein Ich bin nicht mit dafür bezahlen, dass er mir meine Herrschwester und geraubt hat. Ja, und es wäre jetzt geil, wenn wir mit Bosa nur laufen können und nicht mit Mario. Ich bin ja viel gegen die Einladen, die. Was ist das Stärken? Sie hat mich so schlecht, wer ist denn, Alter? Schildkörper. Wir nehmen mit, aber auch nicht jeden Gegner. Wer dann ein bisschen Levelaufstand kriegt, bis ich war Bosa. Das an. Das war Bosa, im Team. Also eigentlich wäre jetzt Bosa dran und der hat dann jetzt einfach ab. Okay, danke Bosa. Ich war auch nicht gut, dann können wir keine Erfahrungspunkte. Naja, wir laufen weiter. Mal schauen, wie weit wir heute kommen. Grüne Goomba. Mit einem Brachy-Zwack. Fächer tut weh. Nein, nicht einschlafen lassen. Nein, nicht einschlafen lassen. 22 Paar, oh gut. Vielleicht sollte ich aber doch ein paar mitnehmen. Ich. whoop- Die sind jetzt 10, der Fang, und ich werde auch nicht einschlafen. Mal schauen, Bosa, was auch herird's schön ist, wild. Ein paar Paar-Kopern nach. Mal, ich würde so feststellen. das hier das war das auch der Wettbewerb ich da Das besiegt der F weg. Den 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 den. Boah, ich lasse doch sieh mal erstmal so. Ne, doppelt mitzbollt nicht. Wenn der Fahre dann ja. Hm, der letzte Mal kann man so nicht runter. Nein, nicht raus. Ja, da ging es auch runter. Komm, komm. Nein, nicht erfahren. Ja, fünf Erfahrungen pro Gumbo gibt's. Keine Blume. Ja, da geht doch nicht runter. Okay. Erst angreifen, dann ab und. Ich. 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 Danke. Jetzt mal. nur die alten ja geschafft noch gar nicht geschafft interessant mutter mager ins lager gebracht entgegen gesetzte richtung nach rechts drücken hoch nach unten nach oben das war jetzt einfach nein nicht so was hier nee das ist scheiße du 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 wenn wir immer schön geradeaus springen scheiß irgendwie will ich die tun haben ne irgendwie auch nicht so ich weiß nicht weil ich runter ist alles vorbei ja ok ich laufe durch versuche ich jetzt hier nein nein das war jetzt richtig dumme vereidigung ich habe nicht mehr die erste kann man vielleicht irgendwann mal noch und wenn ich damit sage ich bin gesprungen was ein quatsch ja was für ein quatsch da machen wir jetzt mal an der stelle wieder verloren ich habe die erste so beim bomben verloren dumme ich werde drücken nein nein ich werde mich mehr da rüber kommen hmm Schallzimmel erhalten erster herausforderung geschafft sehr gut hier stückmeister da wird vier stückmeister das sind wir einfach mal die vier Okay, Kempf, das ist auch mit zu gehen. Hau die ab. Okay, so gut, dann lassen wir den Koppel-Tirmann auch die Adap. Ein bisschen nützlich, Bruder, ne? Und dann nicht auf den! Auch weg. Sieht nur groß aus, aber ist nicht stark. Ja, ist gut, Kämpfe. Ich level ein Stück noch. Und dich krieg ich auch noch. Die hauen ab. Das ist kein Galo mehr. Kann nehmen. Wohl auf dem Fall schon drauf. Ja. Aber hier haben wir es wohl nicht mal schauen. Wir hätten mal zurückgehen sollen dann speichern, ne? Scheiß, Köter! Ja, das ist doch. Geil! Sturm! Weg! Die nächste 5 Games, oder noch mal 5 Games, oder wie? Ja, komm ich doch ab da, ja. Ja, das geht auch schon über den anderen. Und dann, den 2 weg. Ja, das kannst du mir machen. Wir haben ca. 10, 12 Gegner und wir haben eine Logik. Die ersten. Ja, das war dumm. Einschlappen. Ich ziehe dir echt nur einen in dem Leben ab. Klappt ja wunderbar. Ja. 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 Ja, der zweite Corridor gleich ist fertig. ein schlack das ist geil auch weg so kommen wir uns drei stück nummer fünf kämpfe zirka gut nur einen angriff kann man irgendwas runter machen kein problem da kann man das sagt ich sehe 826 habe ich das richtig gesehen man kommt auf die typen was du bekommst. Extra zu viel geiler. Oh, den haben wir auch nicht so gelegen. Da ziehen wir auch nur eins ab, wo jetzt extra was rauskommt. Noch nicht viel verliert hier. Letzter Kampf. Da kommt noch ein kleiner Boss. So ein Fake-Ding. Das kann ich nicht so bauen mit den Kuhn, oder? Nein, wir springen drauf, komm. Anfehl ist auch noch nicht tot. Das hat mir gelegen. Einmal dann ein bisschen auch weg. Blöde Ruhe. Nein. Jetzt. Es stand fast besiegt, da brauchen wir noch nicht besiegt. Okay. Äh. Einmal auf, dann. Es ist nicht so. Es ist so. Es ist so. Es ist so. Diss! ersten drei länder umstiegen oder nur ein da nur ein ordner ich hoffe es war selbst ja sternen knarre erken was nun irgendwelche waffen und es hat auf jeden fall abgespeichert das habe ich gesehen kommen hier nicht zurück zum folgenden blog zwei von vier prüfungen haben wir abgeschlossen wir bestehen müssen mal schauen welche prüfungen noch nächstes mal erwarten 1,2,5 und 6 ist die auswahl bin ich echt gespannt damit jetzt hier kurz zu schauen da können wir euch mal passen hier bleib' mit dem Fettbescheid und tschau